So, 3.19 steht vor der Tür. Wir haben endlich die Ansage, wie die neue Liga heißt und wir haben jetzt auch das Balanced Manifesto vorab schon bekommen und ich sage euch, es gibt jede Menge Stuff, das geändert wurde. Wir hatten ja in 3.18 keine großen Änderungen, vor allem nicht an Games und Defense und Mechaniken und so irgendwas. Dafür haben wir jetzt umso mehr, also springen wir direkt rein ins Video. So, zuallererst ein wunderschönen Gude und herzlich willkommen zum ersten PoE-Video für die nächste Liga für 3.19 Lake of Calandra. Wir haben jetzt hier das Balanced Manifesto vor uns und da gibt es auf jeden Fall richtig viel, worüber wir sprechen können und auch sollten. Ihr findet natürlich unten drunter in der Videobeschreibung so eine kurze Zusammenfassung, Inhaltsangabe, wo welche Themen stehen. Wenn ihr euch nur ein genaues Thema angucken wollt, wie zum Beispiel Minions, könnt ihr da dann direkt hinspringen. Ansonsten, ich würde euch natürlich empfehlen, guckt das ganze Video, weil es sind echt einige Sachen drin, die sehr wichtig sind für eine Vielzahl an Builds, gerade die auch sehr viele Sachen beschäftigen. Und da sind wir dann direkt auch schon beim ersten Punkt und zwar Defense Balances. Ja, Defense war jetzt gerade in den letzten Ligen, haben wir gemerkt, es ist einfach sehr stark und wir haben auch so eine Tendenz gespürt, dass einfach sogar in Softcore irgendwie jeder einfach mit Determination, Crace und Defiance Banner spielt. Da haben sie jetzt natürlich gesagt, da muss was dran gemacht werden und da soll auch ein bisschen was geändert werden. Punkt 1 der großen Probleme ist Spell Suppression. Spell Suppression war einfach viel zu leicht zu bekommen und gar nicht so gut auszubauen, vor allem nicht für Builds, die eben nicht auf der Spell Suppression Seite sind, also sprich auf der Evasion Base Seite des Passive Trees. Von daher wurden jetzt ein paar Sachen geändert und zwar, es wird auf den Armorteilen nicht mehr so hohe Rolls geben, weil früher konnte man einfach mit drei Armorteilen, waren wir bei 100% auf einmal schon. Das heißt, hier werden die Rolls ein bisschen angepasst, dafür wird es dann auf dem Passive Tree ein bisschen mehr dafür geben, wo man investieren kann. Also overall gesagt, auf dem Gear ein bisschen weniger, im Passive Tree ein bisschen mehr. Das heißt, ihr könnt dann auch als andere Charaktere, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein IS-Bild baut oder so irgendwas, könnt ihr da auch bessere Spell Suppression bekommen und nicht nur vom Gear abhängig. Als nächstes haben wir was, was mir ganz speziell sehr, sehr gut gefällt und zwar ist das Arctic Armor. Hier wurde auch schon gesagt, dass in naher Zukunft noch ein paar mehr Sachen kommen sollen, gerade für Builds, die sehr speziell stationär sind. Aber ich persönlich bin ein sehr großer Fan von Arctic Armor, auch wenn es nie so gut war. Hier haben wir jetzt nochmal einen sehr, sehr ordentlichen Buff, würde ich mal sagen. Ja, also fast das Doppelte stärker gemacht Arctic Armor. Ob es jetzt dadurch Vailable wird, ich denke nicht, aber es ist auf jeden Fall was, wo wir in Zukunft vielleicht ein Auge drauf haben sollen. Vor allem, wenn man noch ein bisschen Mana Reservation über hat, kann man es vielleicht reinmachen. Genau dasselbe bei Flash and Stone. Wir hatten auch gemerkt, nachdem ja die Mana Changes kamen für die Mana Reservation Änderungen, war Flash and Stone einfach nicht mehr so geil für eine 25% Reservation Aura. Vor allem, weil die Investitionen in Plaint, die man machen konnte, nicht so ideal gewesen sind. Hier wurde jetzt auch der Wert ein bisschen angepasst dann. Also der Reduced Damage Taken from Enemies, die außerhalb der Sand Stands sind, ist dann ein bisschen höher. Machst es sinnvoll zu nutzen. Also ich denke, wenn man Flash and Stone sowieso in einem Bild nutzt, in einem Melee-Bild der Sand Stands oder Platz Stands benutzt, hat man es so oder so. Und da ist es dann ein guter Punkt, der zusätzlich dazu kommt. Was aber ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, ist die Fiance Banner. Die Fiance Banner war einfach ein viel zu großer Gain an Armor und an Evasion Rating. Was einfach für jeden Chart da war, der eben Determination und Crace benutzt hat, was fast jeder mittlerweile war. Und hier sollte natürlich was genervt werden. Und es war auch klar und es ist auch verständlich, wir bekommen jetzt hier nicht mehr ein 30 bis 49% Increase Armor und Evasion Rating, sondern nur noch 15 bis 24. Ja, kurz vorab gesagt, die ganzen Werte sind jetzt noch nicht in Stein gemeißelt. Das sind noch nicht die Patch Notes, sondern aber so ungefähr wird es sein. Aber dafür bekommen wir eine höhere Reduced Critical Strike Chance für nearby Enemies. Das heißt, Krit-Immunität wird ein bisschen einfacher zu erreichen sein. Und zwar 30 bis 40 von vorher 20 bis 29%. Ich denke, das ist ein guter Drawback, vor allem weil, wenn man in Armor und Evasion Rating investiert, hat man sowieso sehr gute Werte und braucht nicht unbedingt nochmal so viel mehr. Da reicht die kleine Increase-Werte, reichen da vollkommen aus. Aber Reduced Critical Strike Chance für Enemies war relativ schwer zu bekommen. Und von daher ist es sehr nice, dass wir hier jetzt mehr dafür bekommen. Dann haben wir in den Folgen noch ein paar Keynotes, die dann wieder geändert werden. Wind Dancer, ja, waren ja durch die letzten Changes gerade bei dem großen Armor Patch, bei dem großen Defense Patch nicht so gut davon weggekommen. Genauso wie Arrow Dancing, da wird ein bisschen was angepasst. Aber nichts wirklich Wichtiges. Wir haben Anpassungen für Ward. Es gibt ja sehr wenige Builds, die mit Ward synergieren. Außer dieses Ward-Loop-Bild. Ob sich da dran was ändert, das muss man dann wirklich testen, wie das dann mit den Timings ist und so. Weil es wurde überwiegend einfach die Cooldown verringert, dass sich Ward regeneraten kann. Aber ansonsten jetzt auch nicht wirklich, dass man sagen könnte, so, ey geil, ja, ich spiele jetzt ein Ward-Build. Es ist immer noch so. Als nächstes haben wir aber was, was ich finde, ich, ja, das ist ordentlich. Und zwar die Crasping Male, die Preach Ring Body Armor mit dem 100% Increased Global Defenses Modifier. Ja, der wurde genervt und zwar auf 50%. Kann man sich das, kann man drüber diskutieren. Ich finde es okay, finde es aber auch gleichzeitig ein bisschen hart. Es kommt natürlich darauf an, was die neuen Crafting Methoden der neuen Liga werden. Wir hatten jetzt momentan die Armor Recombinator und konnten dann dadurch mega krasse Sachen machen. Die fallen dann natürlich jetzt weg. Von daher ist es dann nicht mehr so geil, gute Sachen zu bekommen. Man kann es aber natürlich immer noch fracturen über Haares. Und wenn es dann gefractured ist, kann man sich immer noch eine gute Body Armor bauen. Aber mit den ganzen Nerfs, die die auch jetzt zu anderen Sachen gemacht haben, die dann im Laufe des Videos ich euch noch zeigen werde, finde ich es vielleicht von 100% auf 50% runterzugehen ein bisschen übertrieben. Vor allem, weil man ja dann, gerade wenn man es fractured oder sonst irgendwas, ja die Influencen aufgibt. Und von daher denke ich, oh, natürlich, es war ein sehr starker Modifier. Natürlich ist er aber auch sehr schwer zu bekommen. Und vor allem dann, wenn man daraus was richtig Gutes bauen will, ist es halt sehr schwer zu bekommen. Und ich fand es eigentlich relativ gut. Da ist es jetzt auf 50% runter. Natürlich würde es immer noch sehr, sehr stark sein. Aber es ist jetzt halt nicht mehr so ein Gott-Tier-Ding, sondern es ist halt einfach nur noch gut. Ihr wisst, was ich meine. Wo wir auch direkt zum nächsten Punkt kommen, wo ich denke, dass das viel zu übertrieben war, dass sie das jetzt genervt haben. Beziehungsweise es wurde nicht genervt, sondern es wurde einfach gelöscht. Der Cravicious Weltmodifier für Body Armor, das Body Armor 12-14% Max Life als extra Energy Shield gibt, wurde einfach gelöscht. Und es gibt jetzt Fist Damage Taken from Hits Taken as Fire, Cold oder Lightning. Und es ist meiner Meinung nach einfach Müll. Natürlich ist es eine zusätzliche Art von Physical Damage Mitigation, die man bekommen kann. Gerade, wenn man sehr hohe Resistenzen slacked oder sonst irgendwas hat. Aber, nee. Also, für meinen Geschmack, nein. Weil, also, nee. Also, ich finde es sehr, sehr schade. Natürlich auch hier wieder dieses Max Life als extra Energy Shield, gerade als Inquisitor oder so eine Klasse, hat man mega viel davon profitiert. Und natürlich auch mit den, Sie haben es ja hier auch gesagt, mit Ghost Dance und Divine Shield, mit den Keynotes hat man sehr gut davon profitiert. Aber das war halt eben das Investment. Man brauchte diesen Mod auf der Brust, man brauchte diese Keynotes, ja. Und selbst dann war das jetzt nicht so, als wäre das jetzt so ein Gott-Tier gewesen, wie zum Beispiel 100% Global Defenses, ja. 100% Global Defenses ist x-mal stärker als 12% Max Life als extra Energy Shield. Und der obere Mod wurde um 50% genervt und der untere Mod wurde gelöscht. Gerade das untereinander zu sehen, finde ich nicht ganz richtig. Dass es genervt werden musste oder geändert werden musste, ist okay und verständlich. Aber ich finde, da haben sie ein bisschen über die Stränge geschlagen. So, wir haben noch ein paar Kleinigkeiten. Wir haben zum Beispiel hier noch ein Plaint, wurde ein bisschen der Plaint-Effekt ein bisschen angepasst, um ein bisschen besseren Plaint zu bekommen. Plaint ist so eine Naja-Sache. Worauf ich mich aber sehr freue, wo aber auch wieder so zwei, drei strange Sachen sind, ist Mind Over Matter. Mind Over Matter ist ja diese Mana-Mechanik, dass man sehr viel Mana stackt und dann Damage einfach von Mana weggeht, anstatt von Life. Also zumindest ein Teil dieser Sachen. Aber das war halt auch, seitdem die Reservation Changes kamen und diese Armor Scaling und Defense Scaling Sachen, ist es auch so ein bisschen irgendwie so hinten angestanden und war nicht mehr so gut. Und da wollen sie jetzt auch langsam ein bisschen drauf hinarbeiten, das wieder besser zu machen. Aber es gibt noch nicht wirklich viele Sachen, die jetzt dafür sprechen, dass es sehr interessant wird. Die wichtigste Sache, die einmal gemenschen werden sollte, ist, dass Mind Over Matter die Keynote jetzt 40% gibt anstelle von 30% und dass Clock of Defiance diesen 10% Modifier eben nicht mehr hat. Das heißt, Clock of Defiance ist jetzt auch ein useless Item. Genauso wie sie Totem-Brust weggemacht haben, haben sie jetzt hier auch die Clock of Defiance weggemacht. Ja, also Soul Mantle und Clock of Defiance jetzt RIP. Würde keiner mehr benutzen wollen, weil, ja, ne, gibt dann bessere Alternativen. Man kann es aber trotzdem halt dann immer noch als Templar bekommen in der Ascendancy und diese Weltmodifier wurden dann auch ein bisschen angepasst. Ist jetzt noch nicht so das Gelbe vom Ei wirklich, aber ich denke, dass es in Zukunft vielleicht nächste Liga oder vielleicht würde es diese Liga auch schon was Geiles geben, wieder mit Mind Over Matter geben könnte. Weil ich finde, das ist eine sehr unique Playstyle, Mind Over Matter und das ist sehr interessant und da würde ich gerne eigentlich mehr dazu sehen, weil da gab es zum Beispiel den Platefall, Plateblast Raider und der hat mega Spaß gemacht. Kommen wir zum nächsten Punkt, was auch wieder so ein bisschen, ja, hinten ansteht, ja, und zwar Fortify, ja, beziehungsweise Fortification, ja. Es ist halt einfach nicht mehr so, ja, so No-Prainer zu nehmen als Melee, ne, natürlich nimmt man es immer noch mit, weil es eben eine sehr gute Defense, oben drauf ist, aber der Gain von Fortification war halt einfach nicht so geil, ne, und deswegen werden jetzt hier die Werte ein bisschen angefasst. Wir haben ein bisschen längere Duration von Fortification und es wird auch einfacher, schneller mehr Stats, also mehr Fortification Stacks zu bekommen und das sollte es für Melee-Bills ein bisschen angenehmer machen, Fortification wieder sehr gut zu nutzen und vielleicht auch ein bisschen intensiver zu scalen über den Passive Tree. So, soviel zu den Defenses, kommen wir zum nächsten großen Punkt und ja, der ist so groß, dass er wirklich sogar ein eigenes Kapitel bekommen hat, Minion-Balances. Was wäre POE, wenn wir nicht Minion-Balances dabei hätten, ne? Hier auch wieder das ganz klare Problem, ich glaube, da brauchen wir nicht groß drüber reden. Minions sind einige einfach viel zu gut und andere viel zu schlecht und andere gar nicht wirklich spielbar. Und das Problem ist halt auch immer, dass Minions zwei verschiedene Arten von Minions haben. Einmal die Minions, die das Game an sich hat, die man dann nutzen kann, die dann irgendwie ganz broken Mechaniken bringen, ja, wie wir es ja mit Syndicate Operatives zum Beispiel gesehen haben oder so irgendwas. Und dann halt die Minions, die wir nutzen, die dann halt einfach ganz läppische Mechaniken haben, aber dann einfach zu gut gescaled sind oder zu schlecht gescaled sind, um sie dann wirklich nutzen zu können. Und da haben wir jetzt hier auch wieder das Statement, dass das ein ganz bisschen angepasst werden soll. Es wird darauf geachtet, dass vor allem neue, neue Sachen kommen, wo wir gleich drauf eingehen, ja. Aber dass es eben mehr Varieté geben soll, verschiedene und auch verschiedene Arten von einzelnen Minion-Builds spielen zu können, ja. Und da gibt es mega, mega viele Sachen, die da jetzt geändert werden und angepasst werden. Das Wichtigste ist zum einen hier einmal, es werden die Base-Minion-Life und Base-Minion-Damage-Sachen werden ein bisschen reduziert. Sprich, zum Beispiel dann, wenn ihr jetzt auf einen Golem geht, der hat dann weniger Base-Life, aber weniger Damage, aber kriegt dann dafür an anderer Stelle wieder ein bisschen was oben drauf. Und zwar sind es, also hier seht ihr es, da ist wirklich jede Menge dabei, ja, einige Sachen, die gut sind, andere Sachen, die jetzt nicht so gut sind. Wir gehen das wirklich ein bisschen durch, weil ich denke, Minions ist eine Sache, die sehr beliebt ist und wo ihr ein bisschen mehr drüber wissen wollt, ja. Zum einen haben wir einmal wieder einen Ray Spector-Nerf. Fühle ich jetzt nicht wirklich, ja, der Ray Spector-Nerf wurde nochmal im Level, ja, also die Ray Spector werden ja mit einem Level gespawnt. Der wurde jetzt nochmal um 1 reduziert auf einem Level von 25 und einem Level von 2 bei Level 20. Musste das jetzt wirklich sein? Ich glaube nicht, weil Ray Spector war momentan nicht wirklich in einem State, dass es ein Minion-Build war, sondern einfach nur als Support-Minions dient. Und jetzt wären die Support-Minions noch schlechter, das seht ihr auch noch später noch, ne. Also Ray Spector hätte nicht sein müssen. Was sehr interessant aber ist, ist, es gibt eine neue Ring-Base und zwar den Bone-Ring. Der Bone-Ring hat als Implicit Minion Elemental Resistances, was leider nicht so die geilste Base ist, aber er kann Minion-Related Modifiers rollen. Sprich, so wie die Convoking Wand haben wir jetzt dann auch eben eine Ring-Base, die extra Minion-Modifier hat. Welche Minion-Modifier da jetzt überall drauf sind, beziehungsweise welche es gibt, ist jetzt noch nichts dazu. Das wird es dann hoffentlich in den Patch-Notes geben. Aber wir gehören davon aus, dass es sowas wie Minion-Damage, Minion-Speed, Minion-Life, Minion-Resis vielleicht, ja, Minion-Attack-and-Car-Speed, ja, also so die Standardsachen eben jetzt auch auf einem Ring geben wird. Und das Ganze gibt es eben auch als Schild-Variante. Wir haben jetzt hier das Bone-Irory- und Fossil-Spirit-Shield. Diese Schilden wurden jetzt quasi als Minion-Schilde getauft, sage ich mal, und haben einen Implicit mit Minion-Steel-Increased Damage und haben dann auch den Modifier Can-Roll Minion-Related Modifiers. Also hier dann auch, vielleicht auch Plus auf Minion-Skill-Games, ja, da muss man drauf achten, ob man da jetzt sowohl Conworking-Wand als auch Shields mit Plus-1, Plus-2 etc. bekommen könnte. Wenn wir dann auch gerade jetzt bei den Plus-Wands sprechen, auch eine ganz, ganz geile Sache. Und zwar, es wird jetzt auch, ich nenne es mal, Leveling-Wands geben. Und zwar wird eine Calling-Wand und eine Converning-Wand eingefügt. Die sind beide für Level 20 und Level 50, das Äquivalent zu der Convoking-Wand eben, die dann eben auch Minion-Related-Stuff rollen können, um auch eben während dem Leveln und während den Akten was für Minions zu haben. Weil, wer kennt es nicht, wer spielt Minions und levelt Minions und hat Wands, die halt einfach das Level 14 Added Lightning Damage zu Spells hat und sonst nichts, weil es halt keine Minion-Stats gibt, die man wirklich effektiv darauf rollen kann. Und ja, da sind dann die Wands relativ nice to have. Auf jeden Fall, finde ich sehr, sehr cool. Was ich nicht ganz so cool finde, aber auch wieder cool finde, ist, Helme haben jetzt nicht mehr den Plus-1 bis Plus-3 off-socketed Minion-Gems, sondern haben jetzt Plus-1 bis Plus-2 off-all Minion-Skill-Gems. Das heißt, es wird nicht mehr nur auf Socketed gehen, sondern auf alle, was die Möglichkeit eben bietet, dass man von verschiedenen Minions und von verschiedenen Ressourcen eben das Level sehr, sehr viel stärker erhöhen kann und nicht nur auf die Spezielle im Kopf, was dann diesen Mirror-Tier-Kopf nicht mehr so valuable macht, weil man die Minions nicht mehr unbedingt in den Helm reinsockeln muss. Und wir haben zusätzlich noch ein Plus-2 off-socketed Minion-Gems als Corrupted Implicit bekommen, und zwar für Helme, Body-Armor, Cloths und Boots. Zusätzlich gibt es auch noch neue Stats auf einem Ghastly-Eye-Jewel. Das ist auch sehr interessant. Ich hoffe, dass da vielleicht noch ein paar bessere Sachen kommen können, weil die waren noch nicht so, ja, also es waren halt, wenn man so sagt, einfach nur ganz normale Add-It-Damage-Sachen. So, das waren jetzt erstmal so die Changes für die Items, ja, für neue Bases, für neue Stats und etc. Das hört sich alles schon ganz gut an. Kommen wir jetzt erstmal so zu den Minions, ja. Ihr seht schon, die Liste ist ein bisschen größer und da sind einige dabei, wo man wirklich sagt so Wow und einige, wo man so sagt so Wow, ja. Fangen wir direkt mal mit dem Wow an. Und zwar Absolution wird einen ziemlich harten Nerf bekommen, gerade was Leveling mit Minions angeht. Und zwar haben sie ungefähr 25% Less Damage auf Level 1. Jo, das ist halt richtig, richtig hart fürs Leveling, weil, ja, sie sind schon nicht so geile Minions gewesen. Und jetzt noch weniger haben, muss man mal schauen, wie sich das Ganze auswirkt, ne. Auch ein paar andere Sets wurden geändert. Aber dafür haben sie jetzt dann eben mehr Damage Effectiveness bekommen, ja. Das heißt dann Added Damage und sowas für Minions wird ein bisschen besser da drauf skalieren. Und vielleicht dann mit einer neuen Minion Wand, ähm, ist es dann vielleicht noch ein bisschen besser, angenehmer und gleicht sich ungefähr aus. Aber als erstes mal, wenn man es so sieht, 25% Damage Nerf hat ein Added Damage Effectiveness Increase bekommen. Aber muss man dann eben schauen, wie gut es halt wirklich ist. Ich denke, dass es für Early Game und Leveling nicht mehr so gut ist. Vielleicht für Endgame, aber dann deutlich besser wegen der Effectiveness und weil man dann eben mehr Access hat zu geilen Sachen. Dann haben wir noch einen Animate Guardian. Ja, der Animate Guardian ist halt ein Support, ne. Den interessiert uns jetzt nicht wirklich, dass er jetzt hier einen guten Damage Buff bekommen hat. Animate Weapon hat ein bisschen Mana Buff, also Mana Nerf bekommen, kostet jetzt ein bisschen mehr. Ähm, Akalis Fang haben auch einen kleinen Change bekommen. Sollte jetzt aber auch nicht so wild sein. Äh, wo wir dann bei die ersten interessanten Sachen kommen, und zwar die Heralds. Und zwar haben wir da einmal Herald of Agony und Herald of Purity. Beide haben einen deutlichen Buff eigentlich bekommen. Ja, also der Agony gibt dir jetzt ein bisschen mehr Attack Speed. Und, ja, ich meine, wir haben den Juggernaut mit Herald of Agony, der früher mal ganz cool war. Vielleicht kann man dadurch ein bisschen wieder was Geileres bauen. Ich denke aber vielleicht nicht. Und Herald of Purity gab es auch mal ein paar Builds, die das gut, ja, nutzen konnten. Aber der Damage ist immer jetzt noch nicht so viel mehr. Also wir haben natürlich 15% more Damage. Aber wir haben halt eben sehr begrenzte Zahl an Purity Sentinels, die wir benutzen können und auch skalieren können. Von daher ist es nicht so toll. Was ganz, ganz toll ist, ist Sun Phantasm Support. Ich liebe Sun Phantasm Support. Das ist dein bestes Skill zum Leveln für egal was. Den kann man einfach überall draufhauen. Auf Flame Wall, auf Holy Flame Totem, auf SRS, auf Zombies. Überall Sam Phantasm drauf. Dann hast du in Akt 1 einfach 300 Phantasms gefühlt. Das ist mega nice. Wir haben hier sogar einen 20% Damage Buff auf allen Leveln ungefähr bekommen. Und eine erhöhte Chance, dass wenn wir Rares oder Uniques hitten, um eben eine Uptime bei Bossfights zu haben, von 10 auf 20% hoch gesetzt. Das ist sehr, sehr nice. Das bringt natürlich auch mit, dass so Sachen wie zum Beispiel Soul Rest vielleicht diese Liga wieder sehr attraktiv werden können. Weil einfach 20% more Damage, I mean, why not? Hört sich sehr, sehr nett an. So, dann haben wir noch ein paar Changes für die Race Zombies. Die haben jetzt ihr Minion-Movement-Speed als Game-Quality verloren. Finde ich gut sowas, weil Minion-Movement-Speed, I mean, for sure. Also das Einzige, wo man vielleicht für Minion-Movement-Speed plädieren könnte, wäre vielleicht für SRS. Aber für alles andere denke ich jetzt nicht so wirklich. So, dann haben wir eine Sache, die jetzt wirklich, da gehe ich jetzt nur ganz schnell drüber, weil das ansonsten wirklich zu lang wird, wieder das Video. Aber ich will es eben sagen. Und zwar die Golems. Golems kriegen overall sehr, 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 sehr nette Changes. Wir sehen, wie hier, wie ich vorhin schon angesprochen hatte, überall dieses Game-Quality-Max-Life wird da weggenommen. Das heißt, sie kriegen nicht mehr mehr Live pro Quality, sondern dieses Live wurde jetzt auf ihr Base-Life draufgesetzt. Ja, wir sehen es ja hier. Game-Quality no longer grants 10-20% Increased Minion Maximum Live. Now has 30% more Base-Life at all levels. Das heißt, sie haben sogar von Haus aus mehr Live, als sie es sonst eigentlich geben würden, skalieren aber dann ein bisschen schlechter mit den Level-Live. Das ist aber nicht alles, sondern einige der coolen Golems kriegen richtig geile Changes. Nimm mir mal als Beispiel Nummer 1 den Lightning-Golem zum Beispiel. Und zwar haben wir hier, dass der Spell jetzt eine 6% Crit Chance hat von 5%. Nicht so wichtig. Aber die Basic-Lightning-Projectile-Spells haben jetzt ein Added-Damage-Effectiveness von 250%, die vorher 100% waren. Und wir konnten zu alten Standpunkten schon Lightning-Golem-Builds spielen. Die waren noch nicht toll, aber sie waren gut. Gut, und jetzt haben wir eineinhalbmal so viel Damage. Also zweieinhalbmal so viel Damage, Entschuldigung. Also es ist nicht nur verdoppelt, sondern das ist krass. Und gerade mit den neuen Möglichkeiten, jetzt einen Minion-Shield zu bekommen, einen Minion-Wand zu bekommen. Und ja, ich denke, da könnte man auf jeden Fall was aus den Golems bauen. Vor allem, weil Golems immer sehr beliebt sind. Und das Ganze zielt natürlich auch hier für die Ice-Golems. Die sind von 100 auf 150 gegangen. Das zählt für die Flame-Golems. Die sind von 100 auf 200 gegangen. Und das zählt auch für den Stone-Golem. Ach nee, der Stone-Golem hat gar keinen Increase-Damage bekommen, aber nur mehr live. Aber der war ja auch schon okay. Aber ich denke, dass die, gerade die Elemental-Golems, also Flame, Ice und Lightning, dass die vielleicht diese Liga wieder ein Comeback schaffen könnten. Weil, also sie waren halt nie schlecht und jetzt sind sie halt besser. Why not? Also da auf jeden Fall mal ein Auge drauf halten. Vor allem auf die Jewels, wenn ihr Early in der League Jewels findet oder Early euch kaufen wollt, um zu spekulieren, wäre das vielleicht eine Möglichkeit. Dann haben wir noch Summon Holy Relic, Summon Raging Spirit. Beide haben auch wirklich einen sehr guten Buff bekommen. Gerade SRS könnte für einige Sachen sehr interessant werden. Ja, der Reaper, der Reaper, lassen wir ihn einfach so stehen. Ich weiß nicht, der Reaper, der ist irgendwie so vom Playstyle so komisch. Muss man mal wirklich schauen, ob da nicht vielleicht ein komplettes Reworks stattfinden sollte. Und dann haben wir noch die Summon Skeletons. Die Skeleton Mages haben jetzt auch einen Nerf bekommen. Und hier haben wir es stehen, Skeleton Mages No Deal, approximately 5% less Damage at Game Level 1 und 25% less Damage at Game Level 20. Das heißt halt, durch die Bank einfach 25% Damage Nerf. Vielleicht mit anderen Sachen, weil sie jetzt hier diesen, auch hier diese 50% More Elder Damage verloren haben. Denke ich, die sind nicht mehr so wirklich spielbar. Vor allem, weil man für den End-End-Game-Content wirklich sehr viel investen musste eigentlich, dass die funktionieren. So, dann noch ganz schnell die zwei Kleinigkeiten, die noch bei Minions hinterherkommen. Und zwar einmal, dass es nicht mehr diese Hidden Penalties gibt, was Pleading, Erknight und Poison angeht bei Minions. Das heißt, alles, was sie jetzt haben, haben sie auch, ja. Das ist dann wirklich nur für wirklich Bildbauer oder so wichtig. Für den normal Casual-Spieler ist das nicht interessant. Was aber nochmal interessant ist, sind die Changes zu den Crit-Sachen, vor allem zu den Endurance-Charges, Frenzy-Charges und Power-Charges auch. Und zwar, eigentlich war es immer so, dass Minions einen Increased Value bekommen haben für eine Power-Charge. Das heißt, sie haben nicht nur, ich sage jetzt mal, x% Crit bekommen und Crit-Damage bekommen oder Spell-Damage pro Power-Charge, sondern sie haben es zehnfach oder so irgendwas bekommen. Das ist jetzt nicht so. Aber das heißt, jetzt bekommen Minions genau denselben Wert von einer Power-Charge oder von einer Frenzy-Charge wie auch Player. Dafür gibt es aber dann jetzt Änderungen für Spirit-Offering zum Beispiel, was jetzt mehr Crit-Chance und Crit-Multi gibt für Minions. Ja, nicht mehr diesen Fizz-S-Extra-Chaos-Damage, sondern jetzt eben die Crit-Chance und Crit-Multi. Und auch andere Sourcen auf Must-Readen oder sonstigen Sachen haben mehr Crit dann bekommen, um das Ganze ein bisschen anzupassen. Eine letzte große Sache, was die Minions angeht, Rip-Necromancer. Der Necromancer hat jetzt nicht mehr plus zwei Level of all Minion-Skill-Games, sondern Unholy Might. Für die, die es nicht wissen, Unholy Might ist, dass man Physical-S-Extra-Chaos-Damage bekommt. Und, ja, richtig, ja, wow, oder? Also, der kam echt aus dem Nirgendwo, ne? Natürlich ist er verständlich mit der Begründung, dass es, wenn man ein Minion-Build spielen will, dass es ganz klar ist, was man spielt. Und zwar halt den Necromancer, weil es plus zwei Level gibt. Und Minions einfach sehr gut mit Level skalieren. Aber das jetzt halt einfach so rauszumachen, ist sehr interessant. Natürlich können wir jetzt sagen, okay, wir haben jetzt das Schild, wo wir vielleicht noch Plus bekommen können. Wir haben jetzt auf dem Kopf nicht mehr dieses Plus-to-Socketed, sondern Plus-to-All. Ja, wir können vielleicht auf den Ringen Plus bekommen, was ich nicht denke, ne? Aber es ist halt trotzdem schon, ja, ne? Echt heftig, vor allem, weil es jetzt halt Unholy Might gibt, was halt jedem Elemental-Minion halt einfach gar nichts bringt. Na, also es macht jetzt halt einfach die Ascendancy halt wirklich 50% less usable und für die Hälfte der Builds eben gar nicht mehr attraktiv. Was aber dann den Vorteil hat, dass es dann jetzt vielleicht wieder ein bisschen Maden Guardian ins Licht bringt oder Sion oder I don't know, ne? Muss man echt mal schauen. Aber kam sehr, sehr aus dem Nichts. So, es geht schon wieder viel zu lange, das Video. Aber das Balance-Manifesto ist wirklich, wirklich, wirklich groß und hat sehr viele gute und wichtige Sachen. Wir haben jetzt hier spezielle Skill- und Support-Game-Changes. Den einen ist der Fix letztendlich für Detonate Dead, dass das live angepasst wurde von den zwei Insane-Life-Pool-Minions. Und dann zum anderen hier auch die Sachen, was gerade jetzt das Live-Scaling angeht von den Korpses, wurde auch angepasst. Dass halt eben nicht mehr so abartige Korpses eben kreiert werden können und die dann abused werden können für irgendwelche Detonate-Dead-Mechanics. Das ist natürlich sehr, sehr klar. Hier haben wir dann auch wieder, ich muss gerade gucken, wo es drin steht. Hier da diese Ascendancy vom Necromancer. Wieder kleiner Nerf an den Necromancer. Korps-Pack, dass Korpses U-Spawn 50% More Increased Life haben, wurde auch einfach rausgenommen. Also nicht genervt, sondern rausgenommen, deletet, ja. Also für alle DD-Fans, it's over now. Als nächstes, was jetzt einen kleinen Nerf bekommen hat, nicht so wichtig, aber eben Firetrap, durch die Änderungen, die sie vorab gemacht hatten in 3.17, war das Firetrap-Scaling für den Damage-Over-Time-Effekt ein bisschen extrem geworden. Deswegen benutzen die ganzen AF-Boys jetzt auch ihr Firetrap dazu, um eben besseren Boss-DPS zu haben. Der wurde genervt um roundabout 25, also sagen wir so 20 bis 25%. Ja, nichts Interessantes, aber wichtig zu wissen. Was auch sehr wichtig zu wissen ist, ist Cooldown-Based Traps, ja. Vor allem in per se Seismic Trap. Wir haben jetzt hier keinen Nerf, was Damage, Waves oder die Funktion der Traps angeht, sondern eine Anpassung für den Playstyle von eben Cooldown-Related Traps. Und zwar eben, dass es nicht mehr so viel Accessible Increased Duration gibt für diese Traps, also dass sie ihn eben nicht mehr so lange halten und dass es auch weniger Cooldown-Recovery gibt, eben, um dann eben nicht so schnell wieder die Traps abzuhaben. Wir haben es hier mit Advanced Trap, dass der Skill-Effekt-Duration eben rauskommt und auch, dass diese eine Notable mit den 30% Cooldown-Recovery-Rate für Throwing-Traps eben weg ist, ja. Das ist sehr, sehr gut. Und was noch besser ist, sie haben Flames-Rower-Trap und Lightning-Spire-Trap dazu auch gleichzeitig noch ein bisschen angepasst und einen kleinen Buff gegeben. Wie viel jetzt genau, weiß ich jetzt nicht. Das habe ich mir jetzt nicht ausgerechnet. Aber auf jeden Fall sieht es ganz cool aus, ja. Ich war sowieso eigentlich ein Fan von den anderen. Ich fand, Seismic ist so ein bisschen Clusterfuck und macht Augenkrebs. Die anderen sind ein bisschen cooler, meiner Meinung nach. Hoffentlich sind die jetzt ein bisschen spielbarer, dass man vielleicht einen richtigen Trapper spielt, ja. Und Lightning-Spire-Traps eben zur Unterstützung für Bosse nimmt, so wie es auch eigentlich sein sollte. Und nicht einfach Seismic spielt und Seismic halt einfach bis ins Endlose skaliert, ne. Gut, dann haben wir auch noch Änderungen für Explosive-Arrow. Explosive-Arrow auch ein Bildschirm, was jetzt seit zwei Ligen sehr stark dominiert. Hier auch, es wurde vorab in den anderen Changes 3.17 ein bisschen was falsch gemacht. Um das Ganze jetzt ein bisschen detaillierter zu sagen, es ist nicht mehr overall. Es sind 5% More-Damage-Multiplier mit Hits und Ailments per Explosive-Arrow on Target, sondern es ist jetzt separiert worden in 6% More-Damage mit Hits und mit 3% More-Damage mit Ailments, ja. Also es gibt jetzt zwei verschiedene Werte, gerade weil eben das Ignite-Scaling mit den Ailments von 5% zu viel war. Deswegen jetzt runter auf 3%. Wird eben ein bisschen klankiger sein, wird nicht mehr so ein krasser Ignite-Damage sein, aber wird trotzdem immer noch, denke ich, sehr gut zu spielen sein. So, und was wir auch nicht mehr so sehr spielen werden, denke ich mal, das haben sowieso sehr wenige nur gespielt, aber es kam eben letzte Liga doch gerade sehr, ja, in Beliebtheit, vor allem, wenn es um Uber-Bosse geht, und zwar die One-Shot-Cast-on-Death-Builds. Das sollte nicht so sein, ja. Vor allem hier wird auch wieder gesagt, in 3.17 die Changes zu Spell-Damage-Values und so wurden da ein bisschen irgendwie falsch angegangen und gerade bei Cast-Win-Damage-Taken kann man es verstehen, ja, weil es gibt immer noch sehr viele Cast-Win-Damage-Taken-Builds, da wurde jetzt mal ein bisschen wieder was genervt, sogar ein bisschen viel, würde ich sagen, und bei Cast-on-Death wurde auch was genervt, um eben diese One-Shot-Builds rauszunehmen, und zwar um, ja, 50% weniger Damage, ja. Also das ist schon einiges. Auch hier die Alternate-Quality mit dem Crit-Scaling, dass man eben Bosse One-Shotten kann, ist auch angepasst worden. Was auch angepasst worden ist, ist eine Interaction, die auch Seismic-Trapper benutzt haben, also Seismic-Trapper wird jetzt sehr wahrscheinlich komplett raus sein, nur so langsam, und zwar ist es die Kombination mit Divine-Plessing und Lifetap gewesen, beziehungsweise mit allgemeinen Blessing-Skills und Lifetap, dass man eben sehr viel in Mana-Reservation investieren konnte, hat dann sein komplettes Mana reserviert und konnte dann über ein Blessing und Lifetap nochmal sehr spontan und gerade für Bosse eine Aura aktivieren, die dann eben Leben gekostet hat, aber trotzdem Benefits bekommen hat von dem Reduced Mana-Reservation, weil es ja eigentlich Mana kostet, die Aura, aber dann nur in Live umgewandelt wird. Und diese Funktion war eben nicht so initially planned, sage ich jetzt mal, und deswegen haben sie es jetzt einfach komplett gelöscht. Also Blessings können überhaupt nicht mehr mit Lifetap supported werden, dafür haben jetzt aber Blessing-Skills dann nochmal einen Increase-Effekt bekommen. Ja, super. Finde ich sehr schade. Man hätte ja auch sagen können, dass wenn Blessing-Skills bei Lifetap supported sind, sie nicht von Mana-Reservation-Efficiency profitieren und dann halt einfach das komplette Live reservieren, also das komplette im Sinne von so viel, wie es reservieren sollte. Hätte ja auch vollkommen gereicht, aber nein, haben sie sich dagegen entschieden. Wogegen sie sich auch entschieden haben, ist, dass Sniper's Mark weiterhin so OP bleibt und da wurde jetzt auch was Kleines geändert, und zwar, dass Sniper's Mark jetzt eben keinen Live- und Mana-Charges mehr generiert, wenn man eben einen Gegner damit hittet, weil das hat den Skill dann wirklich ein bisschen zu OP gemacht, gerade für Bowbills, Tornado-Shot etc. Ja, wo du dann halt einfach Infinite Flask Sustain hattest, wenn du auf den Boss da eingeknüppelt hast. Aber sie haben auch schon gesagt, es wird in näherer Zukunft nochmal was geben, was eben wieder Live- und Mana-Charges für Flask geben soll. Hydrosphere wurde auch nochmal wieder was geändert. Hydrosphere ist jetzt nicht mehr mit anderen Entities hitbar, sondern nur noch mit uns selbst. Sprich, also wenn wir Hydrosphere casten, dann können auch nur wir Hydrosphere hitten. Ja, sprich, Akalis Fang ist nicht von uns halt, also es sind nicht wir, die dann die Hydrosphere hitten und können die dann nicht mehr hitten. So, und jetzt kommt ein großer Hit, und zwar, sie haben jetzt endlich mal angesprochen, was wirklich sehr, sehr interessant ist, und zwar durch die eben konstante Entwicklung von PoE sind natürlich immer wieder Games, die auf der Strecke bleiben und eben keine Liebe finden. Und da haben sie jetzt ein bisschen mehr Augenmerk drauf, diese Games immer mal wieder ein bisschen zu buffen und welche anzupassen. Und ihr seht, die Liste ist ganz okay eigentlich, ja. Einige Sachen sind cool, andere Sachen eher weniger. Wir gehen mal ganz kurz so über die drüber, wo ich denke, so, das ist interessant. Und zwar ist es zum einen Artillery Ballista. War eigentlich bis jetzt ein ganz guter Gem. Man konnte ihn schon spielen, hat jetzt nochmal ein paar kleine Buffs bekommen. Das heißt, er sollte jetzt auf jeden Fall, ich will jetzt nicht ein Top-Tier-Bild sein, sagen, ne, aber er sollte jetzt auf jeden Fall ein sehr gutes Bild sein, was jetzt nicht mehr so ein Nisch ist, ja. Wir haben auch einen kleinen Buff zu Placing Salvo bekommen. Placing Salvo Mainz war ja mal vor zwei, drei Ligen, glaube ich, ein richtig, richtig guter Renner. Ob das jetzt reicht, um Placing Salvo wieder back zu bringen, gerade weil Mainz ein bisschen unbeliebt ist momentan, hm, wer weiß, vielleicht in eine Totem-Richtung, wobei Totems halt auch ein bisschen dead sind. Aber Placing Salvo hat einen kleinen Buff bekommen. Wir haben nur so ein paar dabei wie Cleave und Cackling Lance, äh, Entschuldigung, ich meine natürlich Crackling Lance und Decoy-Toting und Devouring-Totem. Ich meine, das sind halt, ja, also, ich meine, bei einem Decoy-Totem, was jetzt mehr Life hat, das macht es halt auch nicht sinnvoller. Natürlich ist es für ein HC, SSF-Race-Event oder so, wer halt irgendwie Bosse machen will oder so, geiler, wenn dein Totem länger lebt. Aber es ist jetzt nicht wirklich so, als würde es jetzt mehr bringen, ne? Dann haben wir noch einen Energy-Plate-Buff. Wir haben einen Firestorm-Buff, einen kleinen, was den Cooldown angeht. Also, wir können schneller Firestorm-Casten. Und jetzt haben wir den ersten Big-Winner, meiner Meinung nach, und zwar Haste. Haste bekommt einfach von Level 1, hatten wir eigentlich, äh, wie viel waren es? 4% Movement-Speed und 9% Attack- und Cast-Speed. Ein Buff bekommen auf 10% Movement-Speed und 15% Attack- und Cast-Speed. Das sind, das ist ziemlich krasser Buff, ja. Wird natürlich die ganzen Supports freuen und Aura-Bots und alles, ne? Und auch im Bereich von Level 20 auch einen sehr großen Buff bekommen, ne? Also, Haste jetzt vielleicht, ähm, ne sehr interessante Aura für General Scaling, weil sie eben für relativ jedes Bild genutzt werden kann, was mit Attack- und Cast-Speed funktioniert und davon profitieren könnte. Sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Dann haben wir Reef, Rejuvenating-Totem, Scorching-Ray. Scorching-Ray ein bisschen angenehmer, jetzt vielleicht wieder dann mit RF zu nehmen, in, als Ersatz dann für Firetrap, falls Firetrap dann nicht mehr so gut sein sollte. Wir haben Scorch-Arrow dabei. Scorch-Arrow, ein ganz kleiner Buff nur bekommen. Hatte ich ja auch mal vor ein paar Ligen gespielt. War eigentlich ganz okay. Ähm, das heißt, das sollte jetzt auch immer noch ganz okay sein. Vielleicht sogar ein bisschen interessanter. Und dann haben wir noch Sachen wie Solrent, Spellslinger, Sander. Aber nichts wirklich richtig krasses, wo ich jetzt so sagen würde, oh, die Zahlen sehen so gut aus. Da wollt ihr auf jeden Fall mal draufhauen, ne? Ich meine, vielleicht bei Sander, Ich meine, bei Sander sehen die Zahlen okay aus, aber es ist halt Sander, ne? Also Sander-Zeiten sind leider vorbei. Sag, ne? So, nächstes Topic. Umso kleiner, dafür umso wichtiger. Trickster ist eine der unbeliebtesten Ascendancies mittlerweile geworden. In 3.19 wird es eine komplette Rework der Ascendancy-Klasse Trickster geben. Leider haben wir noch keine Informationen genau dazu, aber auf jeden Fall soll sich die Thematik wieder sehr um den Trickster befassen. Eben wie sie es hier auch sagen, ja. Und, ähm, ja, auf die Defenses und Speed von dem Trickster wieder ein bisschen zurückführen. Und da bin ich sehr gespannt drauf, was dabei rauskommt. Ähm, wir haben auch noch eine kleine Ascendancy-Change für den Juggernaut. Hier, nichts Großes, nichts Wildes. Es wurde einfach ein klein bisschen seine Ascendancy aufgesplittet und aufgeteilt, um das besser zu nutzen. Dann haben wir noch kleine Changes beim Chieften, ähm, was nochmal ein bisschen mehr Damage gibt für Slams, also ein bisschen die Slammer aktiver ins Licht setzen soll. Und wir haben eine relativ coole und, äh, ich will jetzt nicht problematische, aber eine relativ neue Änderung für den Pathfinder bekommen. Und zwar Masters Alchemist wurde geändert. Masters Alchemist gibt jetzt nicht mehr diese 20% Chance to freeze, äh, shock and ignite during Flask-Effekt, sondern hat jetzt 20% Increase Effect of Magic Utility Flask. Und das ist viel. Das ist viel. Ja, also ihr sagt nur Mageblood und Pathfinder und jau, ne? Ähm, nur um euch mal so eine ganz kurze Mathestunde zu geben. 20% zum Beispiel von einer Flask, die euch 45% Resi geben, sind 9% mehr. Das sind dann 54% Resis. Plus dann noch, ähm, diese Orbs draufhauen für Increase Effect und dann Mageblood. Und dann braucht ihr gar kein Resis mehr fast auf dem Gear, weil ihr das komplett einfach über die Flask bekommt. Also 20% Increase Effect von Utility Flask ist wirklich eine Menge. Und, ähm, also ich glaub, wenn Mageblood spielt, spielt Pathfinder, I guess, ne? Weil das ist halt einfach, Flask-Scaling ist halt insane gut. Gerade auch was Crit Chance angeht, ja, oder Armor-Werte oder sonstiges. Sehr, sehr geile Sache. Und die nächste geile Sache sind Unique-Items-Balances. Wer hätte es geahnt, wer hätte es gedacht? Ja, Omni und, ähm, Ashes of the Star stehen im Schwerpunkt. Wobei Ashes of the Star eigentlich gar nicht im Schwerpunkt steht und da auch gar nichts geändert werden soll. Sie haben hier gesagt, das sind beide sehr gute Items. Sie sind beide sehr stark natürlich für das Verhältnis, wie man sie bekommt und so. Ashes of the Star ist ein bisschen besserer Spot, weil es eben nur sehr speziell eine Sache bufft und eben du nicht um Ashes of the Star drumrum bilden musst. Wohingegen Omni ein bisschen anders ist. Weil Omni sagt, du musst Attribute stacken. Das heißt, du musst dann dein komplettes Gear da drauf aufbauen und du musst dann die Resis, ähm, Sacrificen, ja, weil du halt Attribute brauchst und die sind beide halt leider ein Suffix. Und deswegen wurde da jetzt ein bisschen was angepasst. Und zwar, wir bekommen nicht mehr 1% All-Res pro 15 Omni, sondern nur noch pro 10. Genauso wie die Penetration ist jetzt auch nicht mal ein Penetration pro 15 Omni, sondern nur noch pro 10, ja. Und das ist auch ein Change für Existing Items. Also das heißt, alle Items werden dahingehend geändert. Es gibt keine Legacy-Variante davon, ja. Das ist schon hart, ne, aber natürlich verständlich, weil Omni war einfach zu stark, ja. Also im Vergleich, vor allem wenn man es im Vergleich zu Ashes nimmt, ist Omni einfach so viel stärker, ja. Und der Power musste ganz darunter geregelt werden. Ich denke, es ist okay, ähm, ob es immer noch so stark ist oder jetzt nur noch stark ist, das müssen wir dann abwarten und sehen. Vor allem, was mit den ganzen anderen Changes dann in Kombination dabei rauskommt. Was auch dabei rausgekommen ist, durch die ganzen neuen Changes von den neuen Uniques, ist Melding of the Flash. Ja, ganz klar, Melding of the Flash war auch einfach als Single-Jewel einfach viel, viel zu stark, ja. Ähm, und konnte halt eben, man musste nicht wirklich jetzt ein Bild darum bauen, aber man konnte das eben sehr krass utilisen, indem man dann eben Purities genommen hat und, ähm, AE gießt und hat dann mega krasse hohe Cap gehabt. Und es war einfach viel zu einfach, ohne viel Investment 90% All-Reasy zu bekommen. Und das sollte eben nicht der Fall sein. Deswegen kriegt Melding of the Flash jetzt einen zusätzlichen Nerf-Stat, sag ich mal, was einem minus 4 bis minus 6% Maximum Elemental Resistance zusätzlich gibt. Ja, also dass es eben nicht mehr so leicht ist, diese 90% Cap Elemental Resistance zu bekommen. So, kommen wir zum letzten Punkt, und zwar allgemeine Character- und Item-Balance-Changes. Hier wurde auch nochmal ein bisschen was gemacht. Und zwar zum einen wurde Brittle genervt. Brittle war sehr, sehr stark mit 15% Base-Crit, die wir bekommen haben. Jetzt bekommen wir nur noch 6% Crit-Chance, ähm, zusätzlich auf Gegner eben, auf die Brittle wirkt. Finde ich okay, weil Brittle war wirklich in den letzten Ligen sehr, sehr beliebt geworden. Gerade mit Omni-Tornado-Shot, äh, war das dann sehr, sehr heftig. Jetzt kommt eine Sache, die meiner Meinung nach ein bisschen zu heftig ausgefallen ist, und zwar, ähm, Reservation-Efficiency, vor allem Mana-Reservation-Efficiency. Ähm, ich finde, es war eine sehr gute Entscheidung, wie sie die, äh, Reservationssachen eben geändert haben in den letzten Patches oder in den letzten Ligen. Und natürlich war das ein oder andere Investment sehr einfach, bis sehr, ja, ich sag jetzt mal, es war schon fast ein Must-Have, in ein Mana-Reservation-Wheel reinzugehen und diese Mana-Reservation-Efficiency mitzunehmen, weil es einfach so viel positiven Effekt hatte. Dass es klar war, dass es vielleicht irgendwann genervt werden müsste, aber dass es auch wieder gelöscht werden wird, finde ich ein bisschen zu hart. Und zwar wird die Reservation-Mastery, dass wir 15% Increased Mana-Reservation-Efficiency bekommen, removed. Einfach weg. Ja? Das sind 15%, das ist schon eine Menge, ja. Ähm, dann haben wir noch die Reservation-Mastery für Increased Life-Reservation-Efficiency, und sie hat jetzt nur noch 20% anstelle von 30%, was das Low-Life-Scaling dann auch ein bisschen schwerer macht. Ich weiß nicht, wie knapp die da waren oder so, ne, aber hier auch 10% verloren, ja. Äh, bei Mana 15%, bei Life 10%. Und dann haben wir noch, ähm, mit Increased Effect, haben wir auch 5% Increased Aura-Effekt verloren. Ähm, zum Glück haben sie keine anderen Sachen angetastet, zum Beispiel wie Determination, Craze, etc. Ne, dann wäre es wirklich sehr, sehr kritisch geworden. Ähm, jetzt aber gerade mit den Changes dann zu Defiance-Banner, muss man dann wirklich gucken, nimmt man den Defiance-Banner noch mit oder, ähm, braucht man dann überhaupt noch Craze, oder nimmt man nur noch Determination und ein, oder... Es wird sich auf jeden Fall ein bisschen was ändern. Es wird nicht mehr einfach so sein, dass man hingeht und sagt, alles klar, ich laufe Determination, Craze, Defiance-Banner, Skill da, einmal das Wheel durch, und kann dann noch ein Herald oder so dazunehmen. Da wird sich auf jeden Fall ein bisschen was ändern, was Investment, beziehungsweise, ähm, die Flexibilität an Augen angeht, ja. Eine kleine Sache, die auch noch da geändert wurde, ist der Modifier, dass wenn man Flast Charges bekommt, wenn man gehittet wird, der war auch ein bisschen zu stark. Der wird jetzt auch einmal komplett, beziehungsweise nicht komplett removed, sondern komplett runtergeschraubt, ja. Vorher waren es 4, 6 und 7 Flast Charges, jetzt sind es nur noch 1, 2 und 3 Flast Charges. Das finde ich okay, kann ich verstehen, kann ich nachvollziehen. Was wir hier haben, dann nochmal, ist der Weltmodifier für Skills kosten, kein Mana oder kein Life, wenn man Fokus ist. Ähm, dieser Mod wird auch einfach komplett removed, weil der sollte auch so nicht eben existieren, beziehungsweise funktionieren. Und dann haben wir ein Change für die Chainbreaker Keynote von den Timeless Jewels. Das ist ja die Keynote mit der Rage Generation. Die war immer ein bisschen, äh, weil man musste nie so wirklich, okay, wie viel Generation habe ich da jetzt und wie wird es dann auch in Rage umgewandelt. Das wurde jetzt reworked und ein bisschen klarer hingesetzt. Und zwar, wir bekommen jetzt ein Rage Regen pro 25 Mana Regen pro Sekunde und Mana Recovery ist not applied. Das heißt, Mana Recovery hat da keinen Effekt drauf und Skills kosten jetzt plus 3 Rage im Allgemeinen. Ja, und als letztes, als letzten Punkt, hauen wir nochmal wenigstens einen wichtigen Punkt rein, der sehr, sehr gut ist. Und zwar Damage Taken Recoup as Life. Eine Mechanik, beziehungsweise ein Stat oder eine Defense-Möglichkeit, die neu eingefügt wurde oder relativ neu ist, aber wo es leider noch nicht wirklich viele Ressourcen dafür gab, da was ordentliches, beziehungsweise ein schönes Scaling mitzubekommen, bekommt jetzt so langsam ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und ist jetzt auch möglich, auf Jewels zu bekommen, was jetzt natürlich Jewels mit Live Reforges oder Live Fossil Crafting sehr, sehr interessant macht, weil wir jetzt natürlich sehr wenig Live-Mods haben, wie zum Beispiel Increase Live, den Recoup as Life und Live Regen, vielleicht noch den einen oder anderen Live Flask Mod oder Minion Live. Aber da haben wir jetzt wirklich Jewels, die wir uns sehr, sehr schön bauen können, gerade Anfang der Liga und vielleicht diesen Recoup as Life sehr gut nutzen können, vielleicht als Alternative zu einer letzten kleinen Aura, die wir jetzt verloren haben, dann vielleicht, wenn man keinen Defiance-Banner mehr benutzt, dann kann man dann eben einen guten Recoup as Life sich da reinballern, sage ich mal. So, Video wieder lang genug geworden, aber ihr wisst es ja, es ist Leak-Start, es werden Infos gedroppt von GDG und die will ich euch natürlich so gut es geht eben vermitteln. Wir haben jetzt im August sehr, sehr viel wieder anstehen, gerade was PoE angeht. Wir haben jetzt die nächsten Tage dann die Patch-Notes, die kommen, den Reveal-Stream und neue Liga und alles Mögliche und hoffentlich kriegen wir auch neue Gems. Ich freue mich so sehr auf neue Gems, es wird mal Zeit dafür, auch wenn ich sie dann eh wieder nicht spielen will, aber neue Gems sind wichtig fürs Game. Schreibt mir mal in die Kommentare, was für euch das wichtigste, beziehungsweise der interessanteste Change hier aus dem Balance-Manifesto war, worauf ihr euch freut, würde mich sehr, sehr interessieren. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr gehypt auf die Minions-Änderungen, die ich jetzt gerade leider nicht gefunden habe. Hier sind sie. Und zwar einmal die Golems und die Phantasms. Ich denke, die beiden könnten sehr, sehr interessant werden, gerade für Minion-Liebhaber, wo ich mich so ein bisschen dazu zähle, aber nicht ganz so sehr. Da habe ich ein bisschen Augen drauf, vor allem auf die Golems. Ich weiß nicht, Golems finde ich cool. Wenn ihr mehr sehen wollt und dann vielleicht auch einen Golem-Leak-Starter von mir sehen wollt, wenn ich den vielleicht spiele, würde es mich sehr freuen, wenn ihr auf meinem Twitch-Kanal vorbeischaut, twitch.tv slash wishes619. Da bin ich jeden Tag, außer Montag, live. Und vor allem dann auch zum Leak-Start wird da wieder ordentlich PoE-Content stattfinden. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Gude und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!